Herzlich Willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Ich bin heute im Garten mit dem Buch und Karten seit Wildkräuter und möchte euch daraus das Schöllkraut vorstellen. Ich habe der Pflanze den Begriff Bodyguard zugeordnet. Schutzung gibt mich jetzt und immer. Ich habe vor einiger Zeit den Weißdorn beschrieben, dem ich die Qualität mit Wächter zugesprochen habe. Und das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie Bodyguard Wächter. Und dennoch ist beim Weißdorn eigentlich eher so eine souveräne, stärkegebende Qualität da. Eine befahrende und eine mutgebende Qualität. Der Weißdorn ist ja auch ein Busch oder kleiner Baum mit Dornen, der bärhaft ist. Das Schöllkraut ist da anders gelagert. Das Schöllkraut hat keine Dornen, aber es hat diesen giftigen, gelben, also knallgelben Saft. Und entsprechend meine ich diese Qualität mit Bodyguard auch jetzt nicht so souverän und zurückhaltend, sondern so wie wenn du ein Star bist und durch eine Menschenmenge gehst und von links und rechts gibt es eine Geschiebe, ein Geschiebe und ein Getränkel, dann wird der Bodyguard einfach seine Ellbogen einsetzen und für dich für Platz sorgen. Komme was wolle. Also mit allen Mitteln. Auch vielleicht mit nicht ganz legalen Mitteln. So ist das Schöllkraut mit seinem giftigen Saft. Der lateinische Name vom Schöllkraut leitet sich von Schwalben ab. Und früher hat man gesagt, wenn die Schwalben kommen im Frühjahr, dann brüht das Schöllkraut. Im Mittelalter hat man zum Schöllkraut auch Hexenmilch gesagt. Es ist in den legitären Hexenflugsalben verwendet worden. Das Schöllkraut liebt es in alten Türmen, in alten Mauern zu siedeln und ist eine Verwandte des Schlafmonds. Es ist eine sehr gute Heilpflanze, allerdings muss man auf die Dosierung achten, wegen dieser Giftigkeit. Im Volksglauben galt das Schöllkraut als Friedensspender. Wenn man es in der Tasche mitführt, dann soll man Streit besser schlichten können. Und die Alchemisten haben es verwendet, um bei ihren Versuchen Gold herzustellen. Traditionell ist das Schöllkraut eine Pflanze bei Leber- und Gallenbeschwerden. Wahrscheinlich von der Signaturlehre her, weil dieser Saft eben so gelb ist und Gallen und Leber eben der Farbe Gelb zugeordnet sind. Die entkrampfende Wirkung wird auch bei Menstruationsschmerzen eingesetzt. Es ist außerdem harntreibend, blutreinigend und augenstärkend. Der gelbe Saft ist eben giftig und stark hautreizend. Man soll ihn natürlich nicht direkt in die Augen geben. Aber was man tun kann, ist zum Beispiel bei Warzen, dass man ein- bis dreimal täglich den frischen Saft auftröpfelt. Am besten bei abnehmendem Mund. Mit dem Schöllkraut wünsche ich euch einen gut beschützten Tag. Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank.